Ein dreifaches Maschka 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 Wer ist ein Kleblatt in Frauenhalt? Wer hätte das gedacht? Wer hätte das wirklich gedacht? Wer hätte das wirklich gedacht? Das ausgerechnet im Jubiläumsjahr, wie da steht wer im vollbesetzten Voneinander sagt, vor allem. Das freut mich natürlich ganz riesig. Das ist so wichtig bloß in den Medien gestanden. Ihr habt uns ja heute schon alle präsentiert. Ihr habt mitgehört, dass ihr schon alle so wirklich durch die Runde gegangen wischt. Doch da kommt einer der Herr, an dem Tag, und mir so richtig, ich habe mich gefühlt wie ein Starr. Ich sehe es euch. Adolf Panikar, Whatsapp und so weiter. Da kommt er, der Herr Bürgermeister und reicht den Abschied ihm vor seinem Amt. Herzlich Willkommen, Martin Sommer mit Gatti. Begrüßen wir mit Gatti. Begrüßen wir mit Gatti. Und des Willkommen, Helmut Jenny. Christoph Metzler. Andreas Brenn. Applaus Klöcker mit Gatti. Applaus Klöcker mit ihren Gatti. Unsere Gemeinderäte. Einen stillen, leisen Guss möchten wir an die Familie Wöss richten. Unser Ehrenpräsident Peter nahm in den 80ern die Geschicke des märrischen Kleeflach in die Hand. So wie wir den Peter kennen, wirkt er mit dem Aleta Säger. Mol, mol. Des passt schon. Vierend nur und denken halt der Klee an mich. Ein herzliches Grüß Gott an unsere befreundeten Vereine. Von nah die Bürgerschaft Frankwein. Und von fern die Scholler Stenker aus Koblen. Applaus Einen schönen Abend wünsche ich unseren Ehrenmitgliedern Ernst. Gernst. Gernst. Genau, da ist er. Da bin ich. Applaus Und wir sind vorhin schon, ist er live. Applaus Da ist er, da ist er. Ja, super. Ah, live. Und natürlich möchten wir auch. Und natürlich möchten wir auch. Und ich möchte natürlich auch noch mal selber wie mir. Und ich möchte natürlich auch uns mit Schallmeier und vor allem alle vom Kleeflach herzlich willkommen heißen. Am vierten Fuß möchte ich noch in die Küche schicken. Zum Boland Fit. Mit seiner fliessiger Hand. Nun, meine Damen und Herren, ich bitte unsere Schallmeier um das nächste Stückchen. Miett weiß ich nicht. Und tagt-gen. BEMS